Happy 420! Heute wird überall auf der Welt die Cannabiskultur gefeiert und sich für die Legalisierung eingesetzt. Apropos, wie wir Buberts legal machen wollen und was wir noch an Karl Lauterbachs Plänen auszusetzen haben, jetzt bei 3 Facts von der Fraktion der Freien Demokraten. Straight out of Bundestag. Wir machen einen großen ersten Schritt bei der Legalisierung von Cannabis. Der Plan sieht unter anderem vor, dass 1. Der Besitz von bis zu 25 Gramm straffrei ist. 2. Der Anbau von bis zu 3 Pflanzen nicht unter Strafe steht. 3. Aktuelle Strafverfahren, bei denen es genau um diese Regelungen geht, eingestellt werden. 4. Cannabis-Clubs ermöglicht werden. Hier kann Cannabis privat und gemeinschaftlich, also nicht gewinnorientiert, angebaut und an die Mitglieder des Clubs abgegeben werden. 5. Regionale Modellversuche geschaffen werden. Heißt, in ausgewählten Gebieten in mehreren Bundesländern soll die Produktion und der Verkauf von Cannabis durch lizenzierte Unternehmen ermöglicht werden. Die Auswirkungen davon werden wissenschaftlich begleitet und untersucht. All das ist ein Meilenstein, aber das reicht uns noch nicht. Ein paar Änderungen sind noch notwendig, lieber Karl. Und bis dahin wünschen wir euch allen einen...